Die hier zur Miete angebotene sanierte ca. 150 Quadratmeter große Bürofläche befindet sich in Wuppertal-Vorwinkel. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 1901 erbaut und wurde 2013 saniert. Das Büro verfügt über Laminatboden sowie einen Keller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monatlich beträgt die Miete des Objekts 1000 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 150 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.